Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, euer Pyro-Boss. Mit dabei ist der liebe Special Guest-O. Ich war mir leider auch ein Moos-Rommel. Alles talk ab. Genau. Und heute haben wir Halloween-Time mal wieder. Also wieder mal ein Halloween-Edition. Zurzeit läuft echt viel Halloween-Edition. Und wir haben hier... Ich bitte... Halt herumgehalten, alles klar. Habe ich das falsch auch? Gut. Wir fokussieren das einmal. Zack. Die Boom, das hat für jeden Eimer. Die Boom-Vampire flüstern. Dann hier... Die Hörner. Die Hörner. Also die sind anscheinend sausauer. Wieder falsch herum. Also sauer sollen die auf jeden Fall sein. Und das einmal ein Blau-Bier. Genau. Also wir haben hier einmal verschiedene Sorten. Und falls es wirklich zu sauer wird, haben wir hier... Wir haben hier einmal Sticks. Das sind hier so mit Pommesse, äh... mit Zwiebeln-Geschmack oder irgendwie... Du weißt noch... Äh... Knoblau. Knoblauch-Soße mit Zwiebeln-Geschmack. Genau. Aus deutschen Kartoffeln. Dann würde ich sagen, beginnen wir auch. Äh... Schnick-Schnack-Schnuck, dann darf das der eine irgendwas aussuchen hier. Das heißt... Mit Augen zu, mit Augen zu. Augen zu? Okay, warte. Ich packe die hier schnell so hin, dass man so eine Kamera sieht. So, ja. Ne. So, schon, ne? Und... Klappe. Genau. Und dann werden wir irgendein Anzester. Also muss es hier nochmal ummischen. Warte, wir machen gleich Schnick-Schnack-Schnuck, äh... Wir machen erst mal so. Also die könnte... Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Schnick-Schnack-Schnuck. Schere, Stein-Papier. Schere, Stein-Papier. Okay, ich muss aussehen. Warte, ich hab Schere. Ich hatte Papier. Und das heißt, ich darf aussuchen. Du musst Augen zu. Ja, ich hab jetzt die Augen zu. Okay, nein, ich mach jetzt wirklich. Ich mach jetzt wirklich. Okay, warte. Kann ich? Warte. Das ist eine Form von anderen Dreieck. Kannst du jetzt irgendwas nehmen? Okay. Die hier. Okay. Warte, wir gucken. Oh. Ja. Vampir, Dings. Mega krass, Vampir. Ach, fokussiert gerade nicht. Finde ich jetzt auf, okay? Ja, ja, sollen wir ja beide dann. So. Das machen wir jetzt auch. Ich zeige euch dir auch einmal, wie es aussieht, wenn man es aufmacht. Oh. Soll die nicht rund sein? Doch, die... Hä? Also, die färbt anscheinend auch die Zunge. Boah, meine Hände. Ja, das färbt auch schon die Hände. Zeig mal deine Hand. Zeig mal deine Hand. Zeig mal deine Hand. Hey, Leute, seht ihr das? Ich hab einfach eine Hälfte. Er hat eine Kugel. Okay, dann würde ich sagen, wir testen sie lecker. Lutschen, na? Oh. 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 Jetzt kaum. Okay. Hier ist Kaugenmehl drin, aber weil wir jetzt gekaut haben, müsste ich das, dann kann man das runter schocken. Ah, ja. Okay. Zeig mal deine Zunge zu mir kurz. Wir filmen noch kurz eine Zunge, mach mal richtig runter schocken und alles. Oh mein Gott. So. Warte. Nur deine Zunge, mach mal. Warte, 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 warte. Ja, ja, Leute, seht ihr, da ist einfach alles blau. Oh, Mio, 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 Mio. Würde ich sagen. Das muss ich. Jetzt musst du wählen. Vermische. Leute, ihr seht, ich vermische, ich vermische. Ey, Augenzug komplett. Ich hab Augenzug. Ach ja? Ja. Ich hab Augenzug, was so machen. So. Wir haben B1. Wo, im Dreieck oder? Nein, es ist einfach 2. Okay. Okay. Wow, Blaubeere. Ich zeige in die Kamera. Man sieht es. Der ist schon fokussiert. Einfach. Das war schon fokussiert, Junge. So, man sieht es. Blaubeere. Und ihr seht, das ist so auch Halloween Edition, alles. Halloween Boom, Junge. Testen wir mal. Testen wir mal. Ich mach's wieder für euch auch. Oh, das sind, ich hab gehört, das sollen die sauersten sein, die es jemals gibt. Zeig das mal in die Kamera, Junge. Aber zeig du. Ich krieg's nicht mehr auf. Hä? Was ist das? Das sollen die sauersten sein, die es gibt. Ich krieg's nicht mehr auf. Fokus hier, Junge. Warte. Doch, jetzt. Passt doch mal nichts an, Junge. Alles zocker. Ja, jetzt bleibst du nicht mehr still. Warte. So, warte. Warte, warte, warte. So. Man sieht, das sollen die sauersten sein, die es jemals gibt. Ich krieg meins nicht auf. Das ist natürlich gerade Wunder. Ich hab's jetzt einfach mit meinem Hund auf. Du kriegst jetzt erst mal nicht auf. Ich krieg's einfach nicht auf. Ich hab gerade mal geschafft. Oh, Glückwunsch, Junge. Okay, Leute. Ah, ich hab's auf. Ich hab's auf. Meins ist zerbrochen schon zur Hälfte. Hä? Junge, meins ist wirklich zerbrochen. Ida, kommt Flüssigkeit. Wo? Warte, ich hol's mir mal raus. Oh mein Gott. Meins ist schon zerbrochen. Von der Zahn. Ich fokussier nochmal kurz. Oh, meine Zunge brennt. Bah! Riecht nach Kaugummi. Nee, nach Zahnpasta. Ja, bah! Nein, das riecht nach Zahnpasta. Okay. Ich würd sagen... Ey, wenn ihr einen Geruchfernsehen hättet, dann würd ich euch sogar in die Nase schieben, Alter. Dann würd ich sagen, testen wir das mal. Lecker. Oh mein Gott. Komm, ab 3, 2, 1. Meine Zunge brennt jetzt so. Ich schwör, nachher kann ich nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Alter Schwede. Erstmal die Sticks aufmachen jetzt so. Jetzt wird's los, jetzt wird's. Fakt die so in der Mitte, dass ihr einmal sieht, wie die aussehen. Komm, nimm wieder was. Nimm wieder was. Oh mein Gott. Ich weiß hier oben nicht. Nur für kurze Zeit war das gerade beim Nutzen. Warte, Leute, ich muss mir noch mehr gönnen. Du weißt, ich mag dich. Das klingt von den 10. Okay. Krass, krass, krass. Jetzt gibt's nur noch ein Problem. Jetzt gibt's nur noch ein Problem. Ja, und jetzt nochmal so welche. In Apfel. Das in Apfel. Äh, damit man hier sieht, man sieht es gleich. Warte, ich fokussiere das Ganze mal. Ah, das geht gerade nicht so mit fokussieren. Fokussier doch. So, hier steht Mega So, also das steht hier unten. Man sieht es, hier steht es so. Mega So. Apfel und gerade eben. Heute ist auch ein Glückstag, ich hab 5 Euro auf der Straße gefunden. Ja. Deswegen. Ich war leider nicht dabei, er hat ja auch schon ein Video hochgeladen, äh, Milamid Schoko. Mit Autosanien, das nicht schmeckt hat anscheinend. Dann würde ich sagen, testen wir sie. Er macht wieder auf in Zeit und ich mach wahrscheinlich wieder drei Jahre brauchen wir was. Oh, ne? Diesmal kann ich zeigen. Und du brauchst länger. So. Boah, jetzt schwitzen meine Hände. Da haben wir das gute Stück. Das sieht genau wieder gleich aus und soll, wie gesagt, sauer sein. Bis zum Gehtnichtmehr. Äh, nachher nicht verpassen, äh, nachher mach ich mit Alleszocker eine Call of Duty Runde spielen. Während Zombies und noch andere Sachen machen. Na, es wird wahrscheinlich ein Zweiteiler-Video. All right, Leute, was ist das eigentlich, ey? Was ist das eigentlich? Was bin ich hier da, Mann, Alter? Äh. Du gehörnjaggörn. Ich muss sagen, wir haben jetzt saufig gegessen. Schaut euch das mal an. Wir wollen auch gleich mit. Wir wollen gleich wie essen. Mittagessen, ja. Und der ist noch so was schon da. Genau. Hat unsere Mutter schon reingeholt. Äh, reingebracht. Wir haben noch Mitte. Warum bin ich denn hier? Okay. Dann muss ich sagen. Partei, Mutter. Ich überhaupt Nacht ja heute noch. Genau. Dann muss ich sagen, testen wir es. Ja. Junge, bist du bald fertig? Ich will langsam testen. Du hast es noch länger geholt, das letzte Mal. Aber wir müssen jetzt ungefähr lutschen, 20 Sekunden, okay? Oh! Nein, oder? Nein, oder? Sein Ding ist gerade einfach. Du musst einfach, oh, und dann ist es weg. Wo ist das? Ich weiß, wo. Ich hab's noch haupt, ich hab's. So. Oh! Okay. 20 Sekunden. Ihr seht das gleich auf der Kamera da. Ich seh's gleich. Ab 10, ab 10 Sekunden. Bis 30. Müssen wir es im Mund nehmen. Das heißt, bis 30. Und los! Und dann kann. Ich hab clock noch mal. Maschung noch mal. Maschung noch mal. Oh! Das ist wirklich sehr komisch. oh mein gott was tue ich mir eigentlich an das war es mit diesem video hier kann ich abonnieren danach hier können mich abonnieren daneben könnt ihr die glock aktivieren hier könnt ihr noch mal umgeben ihr könnt ihr noch mal umgeben was ich verbessern soll sagen das war es mit dem video werden hoffentlich nachher beim call of duty video und ja schreibt in den kommentaren vielleicht erklärt leute und dann würde ich sagen tschau bis zum nachher bis zum nachher ok bis zum nächsten mal ne bis zum nachher